Man steht nicht oft neben einer Legende, aber heute ist es für mich soweit. Paul Breitner, herzlich willkommen in Baden-Baden. Dankeschön. Bei Legende zucke ich immer ein bisschen. Das hören Sie bestimmt öfter, oder? Mittlerweile ist der Taxifahrer, der 5 m unfallfrei von A nach B fährt, schon eine Taxi-Legende. Dieses Wort ist ausgelutscht, aber lassen wir es gelten. In dem Fall, finde ich, passt es. Ich versuche, rauszubekommen von den Gästen, was Sie heute Abend hier so machen. Ob Sie nur da sind, um den Abend zu genießen, oder ob Sie eine Aufgabe haben. Wie ist es bei Ihnen, Herr Breitner heute Abend? Letztes Jahr durfte ich eine Laudatio auf Claudio Pizarro halten. Heute bin ich arbeitslos. Ich kann den Abend ohne Druck, ohne Beschäftigung genießen. Hervorragend. Gibt es schon was Neues in Sachen Trainersuche bei Bayern? Damit habe ich Gott sei Dank überhaupt nichts am Hut. Paul Breitner genießt den Abend ohne besondere Aufgaben. Und den gesamten Bambi, klar, gibt es zu sehen in der ARD Mediathek. Gästen in den ganzen Bänden immer noch auf der Gästeharche aussehen. Vielen Dank.